Herr Dr. Köster, schön Sie hier bei der Roten Couch Express begrüßen zu dürfen. Welches Highlight zeigen Sie denn Ihrem Messestand hier auf der Hannover Messe? Wir zeigen hier zum ersten Mal den von Grund auf neu entwickelten Pascal CE4, ein Druckmessgerät mit hart Protokoll für den industriellen Einsatz. Ich habe sie mal mitgebracht. Und was ist das Besondere am neuen Pascal CE4? Unsere Marktanalysen haben gezeigt, dass unsere Kunden inzwischen mehr erwarten als nur eine hochwertige Druckmessung. Zum einen werden intuitiv bedienbare Geräte gefordert. Wir haben deshalb viel Wert auf ein durchgängiges und eingängiges Bedienkonzept gelegt. Wir nutzen zum Beispiel das hochauflösende Display für kontextsensitive Hilfetexte und für grafische Elemente zur einfacheren Orientierung. Zum anderen werden Geräte gewünscht, die einfach und flexibel an die bestehende Messaufgabe angepasst werden können und aber auch in die bestehende Infrastruktur integriert werden können. Deswegen kann dieses Gerät nicht nur in EDD-basierte Systeme wie PDM integriert werden, sondern zum Beispiel auch in FDT-Umgebungen wie zum Beispiel Packtware. Und wie alle Labor im Druckmessumformer kann das Gerät mit unserer gesamten Druckmittlerpalette kombiniert werden. Wann kommt das neue Gerät auf den Markt? Sie können es bereits bestellen. Wir planen die Auslieferungen Ende Mai, Anfang Juni zu Beginn. Kurz darauf wird dann noch die Referenzdruckvariante verfügbar sein. Und im Herbst planen wir eine Variante mit Ex- und Seel-Zulassung. Wunderbar. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei der Roten Couch Express. Wunderbar. Wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020